Ich wollte den Rest meines Lebens hier verbringen. Jack! Jack! Ein Objekt ist in 17 abgestürzt. Verstanden. Bin unterwegs. Vor 60 Jahren wurde die Erde angegriffen. Sie haben den Krieg gewonnen, aber sie haben den halben Planeten verwüstet. Alle wurden evakuiert. Menschen gibt es hier nicht mehr. Wir kümmern uns um Sicherheit und Wartung der Drohnen. Wir räumen den Mist weg. Nur noch zwei Wochen, Jack. Dann können wir hier weg zu den anderen. Irgendwie ist das falsch. Wir haben den Krieg gewonnen. Warum müssen wir gehen? Hier ist Mission Control. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Geh kein Risiko ein. Es ist gefährlich da unten. Ich habe Sie beobachtet, Jack. Wer sind Sie? Die Leute, für die Sie arbeiten, haben Sie belogen. Sie sollen Befehle befolgen. Und bald würden Sie zu den anderen stoßen. Sie müssen die Wahrheit erfahren. Jack. Woher kennen Sie meinen Namen? Da unten sind Menschen. Es gibt Dinge, die du wissen musst. Ich will nichts davon wissen! Sind Sie noch ein effektives Team? Wir sind kein effektives Team. Sie schießen auf Überlebende! Zurück! Das ist ungehorsames Verhalten! Warum sagst du es mir nicht? Wer bist du? Helfen Sie uns, das zu beenden. Du musst nicht sterben. Sie müssen nicht sterben. Jack! Zeit, nach Hause zu kommen. Das werde ich nicht. Die Erde ist mein Zuhause. Ich möchte, das von eucher Schraầ! Ich kriege. Ich bin in die Erde. Ich decke. In segurança Musik. Alice ist Kwain Uni.